Ich schwindel das Ding. Mit 3 Bots, aber einem Aspire. Einen Aspire. Der beste Aspire auf der Welt. Der one it only. Ja, ich spiel'n Medic. Du spielst glaube ich den Salt. Tja, und in der Theorie und in der Praxis spiel'n wir jetzt gegen Bots. Das ist Monster's Bots und Alon's Bots. Vielleicht können wir das ganze noch sehen. Wollen wir mal, ne? Ja, wir haben besser gemacht. Ui, das ist Säure. Hm, Schadflützen wär'n super. Ja, da haben wir zumindest schon mal Spuren. Da hinten ist es. Cthulhu, wir haben Kraken. Ich weiß nicht, wie das Vieh heißt. Das heißt Kraken. Kraken? Kraken. Kraken, okay. Aber Cthulhu beschreibt das Vieh eigentlich besser, weil es ist ziemlich mächtig. Ich weiß nicht, was wir mal gespielt haben. Schau'n dagegen. Hm, naa. Wir haben gegen Koliath gespielt. Ui! Boah, ist das, wo ist er hingelaufen? Kann man noch kurz durch? Boah, ist ein Riesenviech. Ja, das kommt nix. Ist das denn unser Ziel? Was schießt denn an die Halblustigen? Wir schießen halt auf die Normalten, ja? Aber Cthulhu wird von weitergelaufen sein, so genau. Ja? Ja, das habe ich doch. Wie lauert es mir noch alles blenden Viecher? Ziel auf die Schwachstelle! Ich bin ein Medic. Ja, ich bin ein Medic. Kommst du zu mir? Lass mal hin. Oh mein Gott. Wieso mein Gott? Ja, wo lauert es nun mal? Ich weiß nicht. Hinten ist ein Viecher aufgeschreckt worden. Da müssen wir jetzt mal hingehen. So. Da ist der Zornflick hier wieder. Was ist das? Das ist das daisy Viecher da vorn. Das ist vom Trapper. Das Ding kann die Spur vom Viecher finden. Okay, also brauchen wir nicht da noch einer. Hä? Brauchen wir nicht da denn noch, oder wie? Ja, richtig. Das ist... Trapper macht echt am Anfang die langweilig so partiert, läuft da versturrt diese noch. Und ja... Jetzt haben wir alle wieder hochgeheilt. Das Problem ist, das Vieh ist jetzt entspannt in der anderen Richtung. Ja, ich gucke mal dafür. Egal, das ist... Das heißt, das wird irgendwann mal wieder und dann müssen wir doch reichucken, ne? So, geht. Wir gehen dran, Juck. Wir rennen und ich kommt einfach in den Kreis. Du warst auch noch nie auf Sheer. Auf Tablade? Ah, das ist jetzt schon. Ja, da hinten lacht doch mal. Kraken. Ja. Die Vögel haben das Vieh verraten. Ja, wo ist er denn? Ich sehe ihn jetzt. Oh, jetzt ist er in Phase 2. Ja, da haben wir eine gute Chance gegen ihn. Phase 3 ist scheiße. Phase 3 ist scheiße. Phase 3 ist sicher scheiße. Da war's. Ich hab' das Spiel auf. Du hast ein Snap, oder was? Ja, das ist ein Schatz-Werder. Mit zwei Schwachstellen, nur auf die Schwachstellen führst. Da sind so leuchtende Funkte an sich. Aha. Da machst du mehr Schaden auf. Ist vor allem für die wichtiger. Das soll einfach blöd auf die Schwachstellen hämmern. Okay. Scheiße. Ich höre das Viehlofen Wo ist er denn? Der soll wieder lofen Da hinten ist er Schliessen an Wer war ich? Ich kann den Jetpack Fuß mehr Irgendwo da in dem Haus war er grad drin In dem Haus Ja, ein Tolland dazwischen Nicht dazwischen, die Gebäude Ja, ich bin hinter diesen Ja, aber auch Ja gut Wenn diese Kreaturen hier häufiger vorkommen Verstehe ich auch warum sie uns trafen Ja Ah Haben wir wieder gesehen Wir haben nie einen Bedäubungsgun Das ist noch eine zweite Woche Wir können nicht glauben somit Ja Du musst ihn halt anrufen dafür So, ein Headshot geben muss zwar mit Entfernung Jawohl, hab getäubt Boah, so hat der Druck Aber ich selber krediert Ah, das ist das Problem, Phase 2 Ich bin grad dezent überfordert Aber ansonsten ist alles gut Ja, das freut ihr denn auch Was ist das? Ich bin grad dezent überfordert Da muss noch höher Hopp Auf dem zu Geil 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 da Der Fall Ja, da Entschuldigung Wenn mir das Heiler aus der Heck Ich bin grad Warte, du musst es zlohen? Schwächen? Wo ist denn das jetzt hier, das Fisch? Nach oben gelaufen. Aber wir haben es schon sehr geschwächt, das ist gut. Ich stelle nachladen, wechseln, 50% schneller, das kann ich auch. Ja, wo ist denn hin, gell? Wenn man gut zurücksetzt, das ist gut. Nein, kommt der Link scheiße. Such, Daisy, such. Nein, ich hab Dave, du kannst dich entspannen. Ich bin gefasst. Oh, das war ganz schön knapp, mein Lieber. Nein, das war ganz schön knapp heute. Da ist das schon der Vierfünftelkopf. Der wird simuliert sich ja nochmal. Mit Lazarus ist überhaupt das geilste. Mit Lazarus hast du nur diese Heil-AOE. Alleinigen Zeiten. Aber du hast so einen Hansch, mit dem du dort Leid aufheben kannst. Du kannst die generell unsichtbar machen. Darf so unsichtbar dagegen kommen, warte es bis ein Umfall, flup, aufgehoben. Wir haben letztens hier im Team gehabt. Komm mal, komm mal wer. Was ist denn da? Jawoll, und was kriegen wir für einen Bonus davon? Oh, ups. Nichts. Krötenbiest. Ich weiß nicht, ob der Cthulhu da nirgendwo raussteigt wieder. Ich meine, er ist jetzt unten irgendwo, gell? Oh. Der suchert, der findet. Kannst du dich selber eigentlich auch heilen? Ja, mit dem Vierfünftelkopf nur. Ich habe halt den Nachteil. Mit dem normalen Helden, wer kann mich nicht heilen. Sag einmal, wo ist denn das Fisch? Gute Frage. Ach, der ist ich such. Ja, ich mag auch so eine Däse haben. Ist das ein fettes Schwein, oder? Ääh, Schnappenmaul, glaube ich. Glaub ich die Schnappenmaul? Ja, wenn du das nicht besser wüsst, würde ich sagen, dass der immer noch ein Bluch immer stiefelt. Schau jetzt einmal ob, er auf die Gefahr hin lässt. Kreisende Flöten. Wenn du das wüsst, würde ich sagen, dass du immer noch ein Bluch immer stiefelt. Schau jetzt einmal auf die Gefahr hin, dass... Ah, der ist oben! Scheiße! Wir sind ja vorbeigekommen. Ich weiß es mir nicht so genau. Wahrscheinlich wieder vorbeigehabercraftet. Ach noch. Gehabercraftet? Hast du gesehen? Der kann scheiden. Ach so. Bei der Evolutionsstufe 3 kann das durchgehen. Das ist halt scheiße. Ja, weil es wir nicht können. Ja, weil dann bist du dann... Naja, wir haben zwar auch einen Jetpack, gell? Aber wir sind unseren Vorteil los, dass wir halt in die Luft springen können, damit wir nicht aus der Rauch weggehen können. Oh, ein fetter Bulldozer. Ja, das ist schon wieder eine Säure bei. Ah, der wird bald aufsteigen. Ja, lang läuft es auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Dann gut, er hat schon einiges an Leid verloren. Ah. Ah. Wir sind jetzt einer rechts gehen, oder? Oder nicht. Wir sind nicht so gut. Ja, ja. Wir haben gut gefahren. Oh, um 10. Wo? Jawohl, die Trap. Guter Trapper. Nein! Das ist doch noch! Wo ist er denn? Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Ja, das wollte ich ihn auch! Ja, ich bin gerade leicht überfordert wie immer in so... Welche Spiele... Oh! Das ist derzeit mit dem Tod das immer ist... Ja! Oh! Technologiert das Fein! Es fliegt euch aus! Das war's mit deiner Kanzlung, Monster! Alles ist erreicht! Wo ist er? 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 Ich habe keine Ahnung, ich habe... Er ist schon wieder abgeflitzt! Das gibt's nicht! Nein! Wie kann er das sein? Was will ich? Bin hergesprungen? Die sind jetzt alle unten gestanden anstatt oben Weil er hat mich runtergekickt So, ok Wie lange halten eigentlich so eine Arena? Nach ein Minuten, glaube ich Es ist kein Mod, weil du kannst ihn halt wirklich... Wir haben ihn mit Bons haben, jetzt schon für zweitmal aber ich habe ihn getroschen Daisy... Warum steht bei der Daisy manchmal so eine Zeit dort? Das heißt Ich glaube ich weiß, wo er ist Wo er ist Wo er annimmt... Waaaaaah! Wir machen das wohl los! Ach, haha! Das war's mit deinem Paterung, Monster! Ah, mit Q kann man wegfumsetzen Ok Aaaaaah! 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 Machtest du das Monster, die komischen Bomben, die da runterkommen? Nein, das war das... Das war das... Das war das... Das war das Bord... Das war den, so... Das war die beste Weg heute... Und dann war mit Tal-Schlupf an der... Problem ist, bin eine gleich... Eine gleich... Wusens, bleh, Vieh... Und dann ist er... Das ist ein bisschen schwer hier... Und dann ist er... Jawoll! Und? Ist er getrappt? Ist er getrappt? Ja ist er! Ich habe eine volle Vorbereite! Da kühl mir noch Schilde! Ja, jetzt hat er aus... Ist er bei... Ist er bei... Ist er bei... Ich habe einen Schlotten, sehr kurz... Oh mein Gott, ich habe eine Schilde... Oh mein Gott, der Art ist los! Am Rotz in der Wisch! Halt! 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 Das ist da eine Weile! So... So... ...wir haben wir schon noch beträumt, dass er wieder wegkommt... Jawoll, das war deiner! Ja ich bin ja... Tod! Verschwinden wir von hier! Ah, der war schön... Der war echt schön jetzt dann... Ich bin gespannt, was wir jetzt für... Punkte kriegen hier... Wird das hier was gut gewesen sein Ja, war ja... Vor allem musst du jetzt noch warten... Und da kommt jetzt dann eine Zusammenfassung. Du siehst auf der Minimap, wo alle gelaufen sind. Echt? Hm, ist super. Da, ich bin Stufe 2. Ich bin Stufe 3. Neue Freischaltung, neuer Hintergrund, ein Dreieck. Machen wir mal Freude. Oh weh, so gefällt mir das. Jawohl. Schau mal, Charaktermeisterschafts. Medipistole. Schirmgewehrstufe plus 2% Präzision. Ne, super. Ich muss noch heilen, ich habe daweil 4200 geheilte Punkte gemacht. Wenn ich die Pistolen fertig gehabt kriege ich den Nazarus. Was ist das? Der nächste Heiler. Ah. So und jetzt sagen, wie ist das eigentlich durch die Zusammenfassung kommen? Na ja, das ist eine schwierige Punkte, dumm. Wir sind nicht die ganze Zeit dem Monster nachgegangen. Oder nicht. Na gut. Das ist ein Gedanke fürs Zuschauen. Ja, das Spiel macht wieder was es will. Und dann bis zum nächsten Teil. Servus. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.